Ein teuflisch schickes Accessoire für Ihr Faschingskostüm holen Sie sich mit diesen Knicklicht-Teufelshörnern von InFactory. Jetzt müssen Sie sich nur noch überlegen, ob Sie ein furchteinflößender Dämon oder ein kleiner Teufel sein wollen. Das transparente Gummiband an den Hörnern verstecken Sie perfekt im Haar oder in einer Perücke. Die Stellklemme garantiert optimalen Halt, selbst bei ausgelassenen Feiern. Einfach festziehen und lostanzen. Der besondere Clou der Hörner, sie leuchten bis zu sechs Stunden in knalligem Rot. Durch Biegen und Schütteln der Knicklichter im Innern aktivieren sie die Leuchtkraft. Dank des abnehmbaren Bodens lassen sich die Hörner flexibel nach innen, außen oder nach vorne richten, ganz wie Sie es wollen. Diese Knicklicht-Hörner passen zu jedem teuflischen Kostüm und kommen nicht nur an Karneval und Halloween gut an. Also, viel Spaß beim Feiern! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018